Hallo, ich bin hier von dir. Ich bin hier von dir. Es war ein fernkoller Tag von dir. Das Schnittbohnen und Niederschaft wird abgeschickt über das Schnittbohnenbett. Ich habe mir ein bisschen Warnung unterhalten, dass es fernkollt. Ich habe gesagt, dass ich mir das Video mit mir erwiesen habe. Ich habe gesagt, dass ich mir das Video mitwiesen habe. Und ich habe gesagt, dass ich mir das Video mitwiesen habe. Vielen Dank für die Küche. Ich habe die Videos abgedreht, wenn ich mich gleich habe und dann auf den Subscriber für meine Videos rein. Und dann wird es nächstes Mal. Schönen Tag wieder. Schönen Tag wieder.